Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von King's Quest 1. Wir sind bei Teil 5 im Moment und haben soeben den mächtigen Drachen hier in dieser Höhle besiegt. Haha, wo ist er? Weg ist er. Und jetzt kümmern wir uns um den Schild, den wir noch finden müssen. So, den ersten Artefakt. Was passiert eigentlich, wenn wir ihn... Guck mal hier, das hat er aber eine lange Haarfrisur. Die Haare wehen im Wind. Nein, okay. Aber das sieht wirklich cool aus. Mal gucken, was er für eine Frisur hat. Wenn wir hier rüber gehen. Moment. Was hat er hier? Hier hat er ein Afro dann wahrscheinlich so. Und ein Bart vorne. Okay. Oh, so ist auch nicht schlecht. So ist auch nicht schlecht. Guck mal, das hinten hier, das ist eine richtige Frisur. Stellt euch mal vor, der hörte diese Frisur. Das wäre absolut grandios. Wenn wir nochmal hier oben gucken. Ja, okay. Die Frisur wäre schon etwas komplizierter. Oder wenn das hier sein Schuh wäre. Aber ich glaube, ich... Halt. Es könnte auch... Könnten auch seine Schuhe jetzt gerade sein. Ja, wenn man sich das so überlegt hier. Den einen gehoben, den anderen als Schuh. Und die Haare oben stimmen auch noch. Leicht schräg. Ja. Okay. Ach nee, warte. Entschuldigt bitte. Ich muss noch eine Sache machen. Ich muss noch eine Sache machen. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist so toll. Diese Haarfrisur ist so fantastisch. Ach, toll. Das ist wirklich... Wirklich, wirklich toll. Ein Kinnbärtchen. Das würde ihm aber gut stehen. Jetzt machen wir mal ernst. Das würde dem Charakter noch richtig hier Tiefe geben. So ein Ziegenbärtchen. Okay, genug gealbert. Moment. Nein, genug gealbert. Genug gealbert. Wir müssen noch ein Königreich... Oh. Der Greifater fliegt am Horizont. Ja, das tut er. Und wir machen uns jetzt auf zum Ziegengatter. Denn wir wollen ja schließlich den Schild bekommen. Ach ne, den Schild wollen wir ja gar nicht bekommen. Ist auch völlig egal. Wir machen auf jeden Fall jetzt... Wir wollen den Schild bekommen. Und das ist gut. Und das ist toll. Und so. Open Gate. Das schwere Tor ist... Du schaffst es gerade so, das schwere Tor zu öffnen. Und jetzt... Aha, eine Ziege. Und die holen wir uns jetzt. Show Carrot. Ah, die Ziege folgt und... Oh. Wie ein glückliches Paar laufen sie jetzt zusammen durch die Weltgeschichte. Also lustiger wäre es eigentlich, wenn er jetzt auf ihr reiten würde. Okay, wir müssen jetzt nämlich einen Troll vernichten. Und das geht, indem man... Ah, hier. Da muss ich noch was machen. Moment. So. Da hinten... Komm mal mit, Ziege. Ich zeig dir was. Ich hab nämlich hier was vergessen. Äh... Look in Stump. Oho. Eine kleine Tasche. Die hab ich nämlich ganz vergessen. Letzte... Also als ich da reingeguckt hab. Äh... Ich hab nämlich ganz vergessen reinzugucken. So. Die fühlt sich alt. Die Tasche fühlt sich alt und zerbrechlich an. Öffnen wir sie. Open Pouch. Und vorsichtig öffnest du die kleine, äh... Schlabüpse und siehst viele glätzende und glitzernde Diamanten. Schnell machst du es wieder zu, damit du ja keinen verlierst. Okay. Dann sind wir jetzt... Aber, 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 aber. Speichern. Speichern, 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 speichern. In diesem Spiel sehr, sehr wichtig. Moment. Let's Play 7. Nee. Das will ich doch gar nicht. Äh... Ich überspeichere jetzt... Gar nicht. Sondern ich mach... Let's Play 8. Wir sind noch nicht bei Teil 8. Keine Angst. Ihr habt nix gepasst. Ich bin nur mit den Zahlen etwas, ähm... Schneller gewesen. Ziege. Ja, er. Komm mit. Äh... Die Ziege. Die Ziege hängt am Baum fest. Immer diese Ziegen. Ja, komm mit. Jetzt hier runter. Ja, papp. Put, 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 put. Komm her. Put, 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 put. Genau. Und jetzt gehen wir... Wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Ach, genau. Jetzt gehen wir hier hin. Äh, sie steh nicht im Weg, Ziege. Sondern komm mit. Kannst du noch einen Schluck Wasser trinken? Komm, los. Trink was. Und weiter. Das ist aber auch wirklich eine nette Ziege. Eine goldige. Und die hat einen Bart. So, dann gehen wir jetzt über die erste Brücke. Die Ziege ist verschwunden. Sie löst sich in Luft auf. Komm rüber jetzt. Komm. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Du willst ja die Karotte haben. Oh. 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 Okay, dann gehen wir halt nicht über diese Brücke, sondern gehen über die Brücke auf der anderen Seite. Ziege. Komm mit. So, das Tolle ist, ähm, das weiß gar niemand, es gibt ein, äh, altes norwegisches Märchen, das kennen wir hier so überhaupt nicht, und in dem sind Ziegen die Erzfeinde von Trollen, ähm, ich kannte das damals überhaupt nicht, deshalb, ich hatte da noch nie von gehört, von diesem Märchen, aber es scheint, äh, ich sag mal, im slawischen, nordischen Bereich ein bekannteres Märchen zu sein. Äh, äh, jetzt gehen wir über die Brücke. Oh. Der hat aber große Ohren, dieser Troll. Er lässt sich nicht über die Brücke. Ah, guck mal hier, genau, 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 genau. So. Ah, ja, genau. Und wir lassen die Ziege ihre Arbeit verrichten, weil Ziegen nämlich Trolle hassen. Ja, und der Troll ist verschwunden und die Ziege, tschüss, auch, mäh, äh, ah, so eine liebe Ziege. So, und jetzt können wir endlich über die Brücke drüber, nix mehr steht uns im Weg, Feuer statt uns, oh. Oh, aha, wer ist das wohl, wer ist das wohl, hallo, kleiner Mann. Wir speichern wie immer, vielleicht ist das wirklich ein ganz gefährliches Monster oder irgendwas, dieser Mann, wer weiß. Äh, öp, öp, zup. Okay, und jetzt, äh, hallo, äh, hallo Mann. Der alte Gnom sagt dir, dass er etwas hat, was für dich sehr, sehr wichtig ist. Das Einzige, was du überraten musst, ist seinen Namen. Du hast drei Chancen, ihn zu erraten. Was wird deine erste, äh, Schätzung, würde ich schon sagen? Was denkst du ist sein Name? Der erste Versuch. Der erste Versuch ist, ja, Rumpelstil ziehen, würde ich sagen. Haha, ich hab's raus. Rumpelstil skin, genau. So heißt er nämlich. Rumpelstil skin, genau. Äh, in Englisch heißt er so. Das ist, das ist es fast, aber nicht ganz richtig. Tja, was könnte es sein? Na, wir haben ja diese, diese Notiz bekommen von der, von der Hexe. Hm. Und was steht da drauf? Manchmal ist es weise, rückwärts zu denken. Also, schreib mir den Namen doch einfach, rückwärts. N, I, K, S, T, L, I, T, S, E, L, P, was für ein Name? M, U, R. Ah, du hast schon die richtige Idee, aber es ist ganz, ganz knapp. Tja, man soll rückwärts denken. Und jetzt kommt die tollste Sache. Also, diese Idee, die die Programmierer hatten, ist sowas von schrecklich gemein. Ja, also kein Witz, das ist, das ist unglaublich. Nein, es ist auch nicht das zu erraten. Ja. Ja, sondern, und jetzt kommt's, man muss das Alphabet spiegeln. Das heißt, es ist alles verkehrt rum. A ist Z, äh, äh, F ist, äh, U, äh, ähm, ich muss mir das hier extra auf einen Zettel aufschreiben, ja. Q ist J und alles, also es ist komplett andersrum. Ja, einmal komplett andersrum. So, und wie heißt er dann? Wenn jeder Buchstabe ein anderer ist, dann heißt er nämlich, äh, I, F, N, K, U, V, H, G, R, U, G, H, P, R, M. So heißt er. Ist das nicht toll? Kommt man da nicht einfach so ganz, ganz leicht drauf? Ach, das ist doch schön. Haha, du hast ja raten. Haha, du hast ja raten. Hier sind ein paar magische Bohnen für dich. Äh, mit denen kann man besonders laut pupsen. Tschüss. Ja, toll. Ja, toll. Bohnen. Vier Bohnen für diese Aufgabe. Aber, das ist doch, das ist doch, das ist doch, passt auf, dass du wirklich jede einzelne bekommst und steckst die Bohnen in deine Tasche. Ja, super. Boah. Na gut. So, dann schauen wir uns doch mal nach einem schönen Örtchen um, wo wir, ah, oh, Entschuldigung. Ich dachte jetzt, wir haben ja schon wieder da runtergefallen und ich hätte wieder nicht gespeichert. Wir müssen alles nochmal eingeben. Ähm, so, nein, Gott sei Dank müssen wir das jetzt nicht. Und Brücke, okay. So, dann laufen wir jetzt hier wieder entlang. Und, tja, was macht man denn jetzt mit denen? Natürlich muss man die einpflanzen, die Bohnen. Ähm, das, wollen wir das jetzt machen? Wollen wir die einpflanzen? Ach, ja, 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 okay, ausnahmsweise machen wir das mal. Ähm, wo machen wir das denn? Irgendwie ein schöner Ort, wo wir das machen können. Ich geh mal hier um, ist ein schöner leerer Platz. Da, wo die Höhle ist, denke ich, gehen wir mal hin. Da ist ein großes, also schön viel Platz gewesen. Und, ach, der Brunnen. Das waren noch Abenteuer damals. So, ah. Das sieht mir hier, das, das sieht mir wieder sehr, sehr suspekt aus, dieser Ort hier. Da will ich gar nicht sein. Gehen wir mal hier nach rechts. Ne, gehen wir mal nach links. Nach links, nach links gehen wir mit der Feder an dem Hut. Das sieht doch wirklich aus wie so ein 2D, äh, 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 sieht, also so, als wäre das wirklich 3D. Okay, diese, diese, toll. Okay, so, hier können wir die Bohne pflanzen, würde ich sagen. Oder? Oder? Wir machen was anderes. Das wird sich entscheiden. Also, dann ist das, das ist doch mal eine gute Frage. Häh, 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 einmal ein interaktives Quiz. Ähm, je mehr die Leute sich dafür entscheiden, also wir können jetzt entweder hochspringen und mit dem Adler hinfortfliegen oder wir pflanzen die Bohne. Und das könnt ihr entscheiden, äh, was mehr, ähm, gesagt wird, das, äh, mach ich dann am Schluss. Und ansonsten, wenn nichts gesagt wird, mach ich, was ich will. Also, ihr habt's in der Hand. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich freu mich drauf und ich bin gespannt, wo es uns als nächstes hinführt, ob, äh, ja, wo, ob wir uns auf diesen Adler draufsetzen können. Hm, ist ein bisschen klein, aber das werden wir rausfinden. Und ich, ähm, bin gespannt, für was, äh, ihr euch entscheidet. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu kurz. Äh, tschüss, tschau, tschau. Äh.